Morgen, Kinder, wird's was geben, aber morgen ist noch nicht heute und damit begrüße ich euch zur ersten Meta-Ausgabe, die ich moderiere. Ja, ein ganz, ganz kleines, schnelles Thema habe ich mir hier ausgedacht, dass wir hier in das Türchen reinpacken und als erstes begrüße ich meinen heutigen Mitstreiter, da haben wir JFK. Hi! Ja, nach diesem wunderschönen Gesang freue ich mich noch mehr auf den morgigen Nikolaustag. Hallo! Ja, ja, wunderschön ist gut. Kannst du Ratten mit vertreiben, aber gut. Ja, dann haben wir hier den Conway. Grüße! Auch Thorsten ist mit dabei. Hallo! Und natürlich unser Moontalk Champion, der Gordon. Five years in the making. Fabian. Ja, ist natürlich jetzt alles noch im Umbruch. Für dieses Jahr haben wir eigentlich Kanämeta geplant, aber wir machen ein ganz, ganz kleines Thema und tatsächlich, wie es beim Meta natürlich Tradition ist, kennen meine Mitstreiter das heutige Thema nicht. Ja, und da habe ich mal eine ganz freche Frage an euch. Für wie wichtig erachtet ihr von Fans für Fans Content und ihr Standing in der Community? Also mit anderen Sorten sowas wie YouTube-Kanäle, Podcasts, Internetseiten? Ja, habe ich nichts mit am Hut, ne? Ich mache sowas nicht. Kenn ich auch nicht. Ja, nee, das machen wir nicht. Nein, wie wichtig erachtet ihr sowas, Internetseiten, YouTube-Kanäle, Podcasts und so weiter? Was von Fans für Fans gemacht werden? Gordon, konsumierst du sowas? Ja, natürlich. Also ein Stück weit natürlich schon, weil es ja auch immer darauf ankommt, wer macht jetzt eigentlich was? Es gibt ja auch Wrestler, die anderes machen, ne? Also HannibalTV zum Beispiel, der Typ ist ja nun selber ein Wrestler und keine Ahnung, Kfab Commentaries, davon bin ich natürlich immer noch ein Riesenfan, auch wenn die jetzt ja seit Jahren leider nichts mehr machen. Finde ich total schade, weil deren Timeline-Sachen und so waren großartig und grandiose Einblicke in den Hintergrund bekommen hat. Ja, und natürlich, ich meine, hallo, wir machen ja unseren eigenen Podcast und da guckt man ja nun auch immer wieder und natürlich sind wir auch ein Stück weit auf andere Seiten dann angewiesen, weil wir ja auch von anderen Wrestling-Fans oder wie auch immer dann mal Hintergründe nehmen. Also was weiß ich, keine Ahnung, dass man eben nochmal guckt, was sind jetzt gerade für News am Gehen oder, oder, oder. Die bekommen wir dann ja meistens auch irgendwie aus einem amerikanischen, aus dem amerikanischen Raum oder so, die dann ihre Kontakte da zur WWE haben oder zur AEW oder wie auch immer. Also kommen wir natürlich, wir alleine kommen ja auch überhaupt nicht ohne das aus, ne? Also das gehört für mich einfach mit dazu. Deswegen sage ich, für mich ist das schon sehr wichtig, zumindest was das Hobby angeht. Ja, Conway, wie ist es denn bei dir? Was konsumierst du, natürlich außer Moontalk noch so, beziehungsweise für wie wichtig erachtest du das, dass Fans sich in der Art und Weise, wie wir hier engagieren? Ja, ich konsumiere nicht so viel anderes tatsächlich, außer halt ein paar Newsseiten, die es ja auch auf Deutsch gibt, ohne die jetzt hier nennen zu wollen. So, ich finde die Wortwahl entscheidend. So wichtig finde ich es nicht, aber bereichernd sowohl inhaltlich, wie es Gordon eben auch beschrieben hat, aber auch das Gefühl, dass man mit diesem Hobby nicht alleine ist. Das habe ich damals schon mitbekommen, als es mit Brieffreundschaften anfing. Lang, lang, lang ist es her, wo wir noch die Tauben aus dem Fenster geschmissen haben. Richtig. Und das sind jetzt sozusagen eigentlich die Fansachen, die man heutzutage online findet. Die geben da ein bisschen das Gefühl, dass man da... Und dann kann man halt auch die Meinung anderer Fans, gerade aus den eigenen Landen, sich so anhören. Das ist immer ganz interessant. Ja, jetzt würde ich dann den Julian gerne zum Schluss nehmen, da er ja den ältesten Wrestling-Podcast in Deutschland, ich kenne den immer noch nicht, ich muss mir den mal anhören, den hat er ja gegründet. Würde ich jetzt erstmal Thorsten fragen. Thorsten, was konsumierst du so? Beziehungsweise, wie siehst du das Standing von solchen Sachen, von Fans für Fans? Ist es mittlerweile wichtiger, als wie, sagen wir mal, zum Beispiel offizielle Sachen? Ja, das ist ja genau die Frage, die ich mich gerade, glaube ich, euch gehört habe, weil wie sehr sind Fans noch Fans und nicht sogar selber in das Produkt integriert? Also, wenn ich so schaue, was ich ja so schaue, dann gucke ich mir jetzt, ich bin ja so ein Brettspiel-Nerd, dann gucke ich mir Brettspielseiten an und die leben mittlerweile alle davon. Sind das jetzt Fans? Ich meine, die damit eigentlich ihr Geld verdienen? Natürlich sind es irgendwo Fans, aber sind auch irgendwie darauf angewiesen, dass sie, vielleicht sage ich jetzt mal, Werbung für gewisse Produkte machen, um nicht schlecht dazustehen? Und da weiß ich nicht mehr. Natürlich hat das auch mal mit einem Fan-Dasein angefangen. Das kann man immer schön verfolgen, wenn man sich dann mal die alten Videos anschaut, weil keiner stellt Videos hoch und ist von 0 auf 100 super bekannt, außer du hast davor irgendeinen anderen Kram gemacht. Also deswegen habe ich gerade überlegt, ich schaue eigentlich keinen Podcast oder höre keinen Podcast, der so wirklich von einem reinen Fan, in Anführungsstrichen, ist, sondern das sind alles schon gemachte Leute, also gemachte Leute im Internet. Vielleicht sind wir irgendwann auch keine Fans mehr, schon angestellt. Keine Ahnung, aber da sehe ich so ein bisschen das Problem. Also deswegen auch mal die Frage an euch, sind das dann eigentlich noch Fan-Seiten? Da sind das dann Seiten, die, ich sage mal, so mit Internetwerbung oder so oder irgendwas in irgendeiner Weise vielleicht auch Geld verdienen? Das weiß man dann. Schwierige Frage. Ich wollte keine neue Diskussion anfangen. Nein, 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 aber ich glaube, das ist eine schwierige Frage, weil diese Leute ja auch auf den Content, der kreiert wird von Seiten WWE, Ring of Honor und AEW oder auch deutsche Sachen, das ist ein bisschen schwierig. Klar, das müsste man tatsächlich, war eine sehr gute Metafrage. Ein Zusatz, ein Zusatz dazu. Ich meine, jeder Kanal, wie ich es ja schon gesagt habe, fängt ja auch mal als Fan sein an. Es gibt einen Heini über 3D-Drucker, den verfolge ich seit Anfang an, da war der noch eine Null. Und der hat wirklich so gute Videos, so gute Tipps, die so viel bringen. Mittlerweile ist er ein Topstar in der Szene. Und ich habe ihn aber auch schon gesehen, als ihn eigentlich fast keiner geguckt hat. Und ich glaube, so entwickelt sich das hinaus. Wenn du halt gut bist als Fan, dann kannst du auch dein Hobby wahrscheinlich zum Hauptverdienst machen. Das ist doch okay eigentlich dann, ne? Das ist richtig. Ja. Ja, jetzt die Frage an dich, Julian. Du hast selber als Fan diesen Podcast hier gegründet, der jetzt sich als der älteste Wrestling-Podcast in Deutschland bezeichnen kann. Und dahinter steckt eine ziemlich große Tradition. Ja, wie siehst du das, dieses Standing? Ja, also erstmal natürlich mit der Ergänzung der älteste regelmäßige Kostenlose. Also es gab vor uns noch zwei andere. Den einen gibt es immer noch, der diese Kriterien aber zwischendurch mal nicht erfüllt hat. Und dann gab es noch einen, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Mittlerweile schießen Podcasts weltweit wie Pilze aus dem Boden. Also da den Überblick zu behalten, ist schon eine Kunst. Deswegen Respekt vor allen, die da irgendwie herausstechen und ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und ich glaube, es ist einfach so, ja, am Anfang kennt man die Leute noch nicht, wenn es wirklich von Fans für Fans ist. Aber man gewöhnt sich dann auch so ein bisschen dran und auch durch die Interaktion natürlich, wenn man so ein bisschen in Kontakt treten kann, dann, ja, es ist schon so ein schönes Ritual, wenn man gewisse Podcasts hören kann oder auch Videoformate sich angucken kann. Und dann wird man immer vertrauter und das zieht sich dann über Jahre. Und ich finde, das ist eine wunderbare Ergänzung. Unabhängigkeit ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Das finde ich ganz besonders wichtig. Man sollte jetzt nicht irgendwie einer bestimmten Company oder sonst irgendwem oder anderen Journalisten oder so nach dem Mund reden. Das wäre natürlich ein bisschen langweilig. Dafür gibt es das Internet. Da kannst du ja fast alles sagen, was du möchtest. Und ja, wenn das gut ankommt und eine gewisse Community hat und einen festen Hörerstamm und immer weitere Hörer oder Gucker anzieht, warum nicht? Immer eine tolle Sache. Gordon, du selber hast ja schon mit Jim Cornett ein Interview geführt. Du hast eins mit Adam Baum geführt, was man natürlich auch bei uns auf dem Kanal finden kann. Und sowas gibt es immer mehr und mehr. Glaubst du, dass so langsam aber auch das bei den Aktiven angekommen ist, dass man sich den Fans nicht ganz entziehen sollte? Denn vor Jahren war es ja noch ein bisschen verpönt, wo sie sagten, also das sind Leute, die krebsen auf YouTube rum. Das hat keine Relevanz. Mittlerweile sieht das wohl ein bisschen anders aus. Oder wie siehst du das? Ja, das sieht auf jeden Fall anders aus. Also damals haben ja tatsächlich so ein paar Leute dann so Podcasts gemacht Anfang der 2000er. Ich erinnere da noch einen relativ frühen tatsächlich von Jim Cornett, einen relativ frühen von Shawn Michaels und einen von Paul Barra, die allesamt so ihre Meinung über das Business zu dem Zeit dann abgegeben haben. Ich weiß gar nicht, ob das RF-Video waren, die sie da interviewt haben oder so. Auf jeden Fall hatten die ja relativ früh damit angefangen. Und da gibt es ja Interviews, die sind, glaube ich, von 2001 oder 2002. Die hast du dann damals auch nur in relativ schlechter WMV-Qualität bekommen. Aber ich habe mir die natürlich damals auch schon angeguckt. Also ich fand das immer interessant, wenn die Leute irgendwie was darüber zu erzählen hatten. Mittlerweile ist natürlich jetzt, wie ich ja schon mal gesagt habe, in einer unserer Ausgaben ist es ja mittlerweile wirklich jeder casual im Internet. Das heißt, selbst die letzten Hinterwäldler-Wrestler, so Brock Lesnar und der Hinterwäldler, die sitzen jetzt ja mittlerweile da mit dem Tablet oder wie auch immer und können jetzt halt mit jedem in Kontakt treten, wenn sie das nur wollen. Und klar, für mich war das natürlich unglaublich cool. Erstmal, als ich damals Jim Cornette rangekriegt habe, war das natürlich eine geile Nummer. Der macht das ja auch heute nicht mehr. Der macht jetzt ja nur seinen Cast mit Brian Last. Deswegen kann ich mich glücklich schätzen, dass ich einer der wenigen bin, der es überhaupt geschafft hat. Ja, und Brian Clark, aka Adam Bomb, aka Rath, wie auch immer, war natürlich auch ein super netter Kerl. Und auch cool, dass er das für die deutsche Community gemacht hat. Aber ja, also ich denke schon, dass die Leute mittlerweile deutlich aufgeschlossener sind. Wie siehst du das, Conway? Tja, also ich höre mir Podcasts auch immer mehr an, weil man sie so praktisch einbinden kann in den Alltag. Von daher bin ich dafür, erst mal so abgekürzt zu formulieren. Oder so. Orsten, wie siehst du das denn mit so professionellen Sachen, die auch richtig professionell produziert werden, wie, sagen wir mal, Austens Podcast, der wirklich seinesgleichen sucht. Das Problem ist natürlich, er kann auch aus dem Vollen schöpfen, er ist selber sehr bekannt. Und er kann natürlich von der WWE eigentlich so ziemlich jeden ranholen, den er möchte, auch aus anderen Promotions, klar, oder retiierte Leute. Haben wir es da irgendwie als Fans ein bisschen schwerer? Können wir da irgendwie mithalten? Mithalten? Ist er nicht da? Dann gebe ich die Frage einfach mal an dich weiter, Julian. Ja, was heißt mithalten? Oh, sorry. Nee, Thorsten, bitte. Ich habe hier mit meiner Jacke den Hartausknopf quasi irgendwie getroffen. Ich meinte halt, oder ich habe gerade gesagt, dass so Sachen wie Orsten oder jetzt irgendwie, die haben ja einen Namen. Und den Namen haben sie ja durch irgendwas bekommen, weil sie in dem Business gut waren. Sehen wir doch überall, beim Fußball doch auch. Da siehst du die Experten, das sind doch auch alles ehemalige Nationalspieler, die locker 100 Spieler hintendran haben. Und die Leute gucken das entweder, weil sie denken, die haben Ahnung, oder weil sie sagen, ja, den finde ich gut, den Typen. Natürlich haben wir es da schwerer. Wir sind nicht bekannt, außer vielleicht über den einen oder anderen Podcast im Internet. Aber ich denke mal, unser Anspruch ist ja jetzt nicht an Orsten oder so ranzukommen, sondern einfach ein gutes, alternatives Produkt anzubieten. Und ich glaube, da sind wir nach wie vor auf einem guten Weg. Ich kenne keinen Podcast, der an die Sachen so rangeht wie unserer, um das mal so zu sagen. Das scheint wohl so zu sein, ja. Von der Art her. Oder vielleicht auch die Wahrheit manchmal auch zu sagen. Das ist ja immer so, wenn du im Business bist, dann musst du ja wieder aufpassen, was du sagst. Wir haben doch hier irgendwann die verbotenen Wörter gehabt. Ich glaube, wenn du die eine Ausgabe von uns anhörst, dann haben wir die schon 20 Mal gesagt. Ja, das stimmt. Ja, Julian, würde ich dir einfach mal eine etwas andere Frage stellen. Und Thorsten hat da schon ein bisschen vorgearbeitet. Man ist ja keinen wirklichen Regeln so unterworfen, außer denen auf den Plattformen, wo man seinen Content dann anbietet. Glaubst du, dass das dann eher von Fans dann gewollt ist, dass das deswegen so boomt und auch immer weiter im Kommen ist? Dass man einfach viel freier agieren kann? Ja, vor allem muss es interessant sein. Also man muss es interessant rüberbringen, denke ich. Und das tun ja die meisten auch sogar, wenn ich mir jetzt auf dem WWE-Network die Podcasts anhöre oder eben diese ganzen kleinen Dokus und so weiter. Die finde ich auch interessant. Man hat immer so den bitteren Beigeschmack, ja, das ist alles noch irgendwie WWE-gewaschen, aber es geht in eine gute Richtung. Ich mochte ja auch zum Beispiel Bring It to the Table mit Corey Graves und so weiter. Das waren immer so ganz kurze, knackige Talks, aber man hat da schon gemerkt, die reden schon ziemlich frei. Ich weiß nicht, wie es damals mit ByteThis war. Habt ihr das verfolgt? Das war ja damals diese Internet-Show. Das konnte man sich, glaube ich, bei WWF.com runterladen oder so. Ich glaube, im Reel-Format oder so. Das ging auch so in diese Richtung. Also da hat zum Beispiel auch der Taker freigesprochen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr interessant, weil es eben die richtigen Leute sind. Und im Zweifel musst du immer den entsprechenden Worker auch als Quelle haben. Du kannst natürlich immer irgendwie als Journalist, in Anführungsstrichen, irgendwo hingehen und irgendwas fragen und dann irgendwo anders wiedergeben. Aber das ist längst nicht so interessant wie die tatsächliche Quelle natürlich. Ja, natürlich. Wenn du an der Quelle sitzt, hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Aber ich finde, dass das unglaublich gut gewachsen ist und man mittlerweile wirklich wahnsinnig gute Produktionen auf YouTube und so weiter bekommt. Und ja, natürlich können wir jetzt hier... Wer wollte gerade noch was sagen? Weiß ich nicht. Achso, okay. Ja, kommen wir auch tatsächlich schon zum Schluss. Natürlich kann man da noch ein bisschen mehr drüber reden. Aber wir wollten ja hier eine kurze Ausgabe machen. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Espada, dass er dieses Format hier ins Leben gerufen hat. Ich weiß nicht, ob ich ihm irgendwie so ein bisschen nachfolgen kann. Ich werde mein Bestes versuchen. Nächstes Jahr starten wir dann wieder frisch, fromm, fröhlich, frei mit neuen Ausgaben. Und das wird mit Sicherheit auch irgendwie, hoffentlich zumindest unter meiner Moderation, einigermaßen interessant. Wir werden sehen. So, das war es dann auch an dieser Stelle. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Und an euch, liebe Hörer, nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren. Und noch fröhliche Weihnachten oder den Weg dahin. Bis dann. Ja, danke Jens für diese Mini-Meta. Das war mal so ein interessanter Einblick auf das, was da jetzt noch kommen könnte. Das war ein Millimeter. Ein Millimeter, ja, genau, sehr gut. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja Themen von Espada. Ansonsten kann man das natürlich auch mischen mit eigenen Ideen. Da sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Ja, liebe Hörer, schreibt doch ruhig mal in die Kommentare, was ihr so hört oder womit ihr damals angefangen habt vielleicht. Ob es jetzt Ami-Podcasts oder Deutsche sind oder vielleicht auch was ganz anderes. Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Muttersprache und habt sogar in der einen Wrestling-Podcast gefunden. Das wäre natürlich auch mal sehr interessant. Ja, egal von wem, egal wie lange die das schon machen. Und das würde uns alles mal interessieren. Schreibt das also gerne mal in die Kommentare und ja, dann vergesst nicht, eure Schuhe zu putzen und die vor die Tür zu stellen. Also nicht, dass die jemand mitnehmen soll, also nicht in so einem komischen Plastikkorb vor die Tür stellen, sondern natürlich so, dass der Nikolaus da heute Nacht was reintun kann für euch. So Nüsse und Klementin, kennt keiner, Mandarinen, Äpfel und so kleine Schokoladenweihnachtsmänner. Ja, so Conway freut sich tierisch. Der versucht das auch schon seit Jahren, aber er wohnt im falschen Stockwerk. Gut, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, macht es gut. Bis dann. Tschüss. Ja, eigentlich wollte ich mich auch bei Jens bedanken. Vielleicht mache ich das lieber nicht. Nee, danke für eine Art Quickie auf Meta-Ebene. Und ich musste nur lachen, weil ich auch gerade letztens mit Klementin zu tun hatte, statt mit Mandarinen. Ja, schönen Nikolaus und bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin auch gespannt, was uns jetzt noch so die nächsten Tage immer mal wieder erwartet. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Meta in diesem Kalender hin. Das wäre gar nicht schlecht. Und ja, dann wünsche ich euch auch ein paar schöne Feiertage. Ja, ich sage auch danke an den Jens für dieses doch erfrischende Mini-Meta-Format mit ein, zwei Fragen. Mal gucken, was da noch kommt. dwellируava mehr events und glaube ich, du entscheid. Und dann habe ich mir jede Minute ein bisschen dringet jos chorus. Und dann wird derpo sehr深 nada.